Ja, also Pragmatismus liegt mir sehr am Herzen. Wir haben eine riesige Filmsammlung, die Menschen möchten das schnell sehen, sie möchten das manchmal in gar nicht so guter Qualität sehen und deshalb ist es wichtig, dass wir auch schnell reagieren können und pragmatische Lösungen sind eben schneller als andere. Und jetzt schon, also nach diesem ersten halben Tag schon ein Fazit zu ziehen, ist schwierig, aber ich muss sagen, ich bin jetzt schon begeistert. Ich glaube, da war sehr viel dabei, vor allem in der Eröffnungs-Keynote. Ich glaube, wir legen uns oft zu viel in den Weg. Wir verbringen viel zu viel Zeit damit, Lösungen zu diskutieren und nicht erst mal den ersten Schritt zu machen. Mir kommt das sehr entgegen. Also ich habe mich in allen Punkten wiedergefunden und wenn ich es geschafft habe, von dem schon ein bisschen in mein Team reinzubringen, dann freut mich das und ich sehe auch, dass das alle motiviert, wenn nicht immer nur das große Projekt so vor uns steht wie so ein Berg, sondern wenn wir das in einzelnen Stufen gemeinsam machen können und den Erfolg auch gleich sehen. Also was mir besonders gut gefällt, ist, dass hier unterschiedliche Institutionen dabei sind. Ich glaube, wir können alle voneinander lernen und besonders was den Pragmatismus angeht, glaube ich, gibt es viele gute Ideen, die in unterschiedlichen Stellen entstehen und die wir uns dann auch ein bisschen abschauen können.